Robin Kern bei mir, erste Tennis-Bundesliga, Tennis-Point-Bundesliga, den ersten Punkt in der Geschichte für eine TC-Bruckmühlfeld-Kirchen geholt, gegen Matthias Bachinger gewonnen. Wie war das Match? Das Match war sehr gut von meiner Seite. Ich habe heute echt mein bestes Tennis gespielt und es konzentriert durchgezogen bis zum Schluss und keine Zweifel gelassen. Das war sehr gut. Du spielst seit drei Jahren hier schon im Klub. Was ganz Besonderes jetzt? Das erste Heimspiel, der erste Sieg? Ja, das ist natürlich der erste Sieg für einen TC-Bruckmühlfeld-Kirchen in der ersten Bundesliga. Das macht es noch mal besonderer. Und ja, ich bin schon seit drei Jahren hier und in der ersten Bundesliga macht es noch mehr Spaß, obwohl es vorher auch schon Spaß gemacht hat. Es war ein großes Match von dir. Ganz kurzen Ausblick, jetzt gehen gleich die Doppel-Haus 1-3 steht. Weißt du schon, mit wem du spielst? Nee, das entscheiden wir gerade. Ihr beratet gerade oder was? Ich habe gerade gebastelt. So schaut das dann quasi aus. Das ist ja wie in jedem Klub. Hast du schon notiert das Ganze, oder? Hast du eine Präferenz oder spielst du, mit wem dich die Burschen aufstellen? Ich spiele mit jedem. Super. Burschen, dann wünsche ich alles, alles Gute. Glückwunsch noch zu deinem Einzelnen und alles Gute für die Doppel. Danke.